ich habe ja dann irgendwann aufgehört weil ich dann gedacht habe ich dachte ja es lag noch an mir weil ich habe ja vorher so geleckt und mich nicht bewegen und so ja jetzt kommt mein kumpel wieder ich liebe ihn es wird nicht unlustig 1 2 benni kommt vorbei achso nein 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 das werde ich doch gar nicht ich habe jetzt immer angst an schubladen zu gehen weil ich mich dann wieder nicht mehr bewegen kann am geilsten ist ja david komm mal zu mir und mach mal irgendwas mit mir und renne deine bärenpfanne ja du konntest dich sowieso nicht bewegen aber trotzdem schön ich habe eine flerge an toll hübsch habe ich auch also als signalisieren wenn das ist oder deinen standpunkt zeigen kann ich auch so zeigen ich stehe zu dem spiel und ich habe noch mehr feuerwerk das war der stromkasten davon auszugehen wasser war bei uns war schon mal gut dass ihr zu zweit das ist du bist ein knack arsch tut mir leid kann ich ja gar nicht leute naja auch wieder recht so hat er auch wieder recht oh was soll man denn da jetzt hat er wieder rage modus an okay er hat mich und tschüss ich muss mich wieder teleportieren kann ich so gar nicht angreifen besser weg darfst du nicht darf ich dich nicht hauen du darfst mich nicht haben wenn er doch mal kurz in den sack treten oder tritt gleich in den sack doch nicht so ein bisschen schneller das kam unerwartet haben nicht meine feuerwerkskörper gar nicht abgelenkt wenn ich doch ein bisschen aber du hast halt den den skill 8 lauf doch geht ab das war matze rot und alle angefasst nein was hat man kurz matze angefasst toll wenn man ewig kalten erstmal nicht teleportieren kann ach fuck das sind schon keine türen kommen wir da raus ja da sind hier damit ich mache das fenster zu ich bin tot wo nein aua ja das haben wir bei mir gesehen schön schönes fenster geschmissen du kriegst die tür nicht zu warum macht sie denn das fenster zu anstatt da wieder rein zu steigen da musst du einfach nur drücken und nicht drücken oder so ein scheiß ja du musst drücken einmal hab ich gar nicht da habe ich vergessen zu gucken wo ich bin hier ist er ist im hegelhaus ok und plötzlich rennt jemand komisch er hat sich weggeportet warte mal den hat es den hattest du noch nicht mich hattest du noch nicht dann geh weg warte ich direkt zu dir teleportiert gut dass du was sagst ich kann nämlich noch nicht meine senses nutzen ich weiß es nicht das war eine frage ja ich glaube so wie er reagiert hat schon das ist auch mal netter to ja hast du die da aufgespießt kannst du da mal näher rangehen naja da siehst du den ast naja jetzt sehe ich es ok ne mach dann den baum noch fällen vielleicht guck ich mal wo der david ist ich hoffe er hat auch ich habe keine ahnung was ich machen kann alles wo ich die scheiße finde die ich brauche ja so ist es ja in häusern findest du das meiste ne ja da war ich eigentlich schon drin er ist gerade im higgins camp jetzt steht er wieder das sieht noch teleport aus nein ganz schlauer ja genau an der stelle stand matze nämlich auch als er sich teleportiert oder was ist das sogar du ich weiß gar nicht erst weg wir die kamera switchen na david wird die musik hier ging's haus hier ging's haus ne man wird die musik nicht lauter na toll und jetzt wenn sie jetzt wenn sie richtig sprinten muss dann geht ihr die energie aus so eine scheiße jetzt lauft doch wolltest du die brücke zum einschort zu bringen oder was ja kann er mich im game auch hören ja in unserer hier müsste er dich auch hören können ja ich höre dich fuck wir hören es nicht hey komm wir also ich meine wir können es doch verhandeln irgendwas einigen ja dauer verkauf dein körper mach ihm angst mach ihm angst dann kann er nichts mehr tun er kann ja sowieso nicht mehr machen ich kann ja sowieso nicht mehr machen mach dich mach die tür kaputt mach die tür kaputt mach die tür kaputt hauen einfach nur zu zeigen wer hier der babbo ist was macht er jetzt ach so kann sein dass er ein bisschen mit mir spielt nein nein in dem fall ist das grad buggy ich hänge so echt ja ja was auch immer er da grad klitzeklein schlägt kannst du nicht teleportieren ich kann grad gar nix hat er aber wer war denn das freak vorhin glaube ich auch ja ich hing auch fest ich konnte nur die taschenlampe an- und ausmachen und mich hinbeugen mit mit steuerung ne ne als du der killer warst nein das wollte ich nicht fuck ey da war ich buggy ne irgendeiner war vorhin buggy also zumindest bei mir keine ahnung ob das auch bei allen so angekommen ist aber ich kann die glaube ich auch grad nix mehr machen ja das ist ja aber schade ja das ist wirklich jammer schade das erinnert mich ein bisschen an äh dead by daylight kannst du ihm nicht mit ner keule oder das was eine überziehen damit er wieder was machen kann ey da war meine leichte da wird ist ist da ja ist da der dead body jetzt wo ist er äh äh kannst du dich jetzt wieder bewegen oder soll ich kommen nein nein ich kann nichts machen der schlägt ja dann geh mal hin und hau ich mal irgendwas ihm er ist hier an jetzt haben wir beim blauen auto einfach wieder zurück ich hab da vorne in der tür dann guck dir das erstmal genauer an oh voll los man kann auch mit ww und es kann man rein in die kraft ach so ja jetzt pass auf der dreht sich jetzt automatisch in deine richtung dann ja aber du kannst machen ne ne die ne 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 das macht er nicht gemacht ich schlack doch die ganze zeit und da brauchst du denn hin da war ich hau eigentlich auf ihn drauf aber die haut durch ihn durch jede muss man hier in schlack mal in dahin wo die tür jetzt eigentlich wäre ins haus rein so ein stück da steht aber auch bei mir zumindest jetzt hast du erwischt ja dein freund bringen um benny blut sehen jetzt erst mal durch alle türen durch ich glaube ich bin noch ein bisschen im rage modus da bleibst du drin oder was bist du so verpackt ich glaube ich bin jetzt dauerhaft im rage modus wie freundlich auch doch wenn die titel doch noch mal bitte das sieht so fröhlich aus na wie sieht es mit der ausdauer aus ich kann leider Jawoll, Messerinhalt. Ja. In der Umgebung kannst du... Ich kann nicht sprinten. Ach du bist verletzt. Sie ist verletzt, ja. Das ist schon der erste Hilfe-Spray. Aufgesammelt, oder? Ja, wie kann ich das einsetzen? Deins. Oder wie kannst du das? Egal, das war's. Ach so, wirklich? Hatte keine Ahnung. Hier ist ja gar nichts. Pff, Benni will es einfach nicht zu Ende bringen. Ja doch, willig, aber mit einem coolen Move. Was hab ich auf zwei? So, Matze, haben wir gerade erzählt, dass du mit W und S rein tun kannst ja, ne? Ja, W, S halt. Wow. Komm mal, lass mal irgendwo Party machen gehen. Wir sind ein perfektes Party. Oh. Ciao. So. Oh, Benni, ey. Schön. Das Gefühl, er spielt mit mir. Nein. Ja, 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 teleportier dich du mal. Mach ich. Kannst du mich endlich machen? Ich seh nichts. Mit der kannst du ne Flashlight anmachen. Das blendet mich dann, da hab ich Angst. Warte, dass man die irgendwo in der Kamera sieht. Hm. Ich hab das Gefühl, da hast du auch ein Problem. So. Ich hab da grad noch ne Machete in der Hand von der Scheiße. Warum nutzt sie die nicht? Weil sie die fein gelockt hat. Oh. Das war dein Kopf. Von Jason gewinnen. Warum lässt sie denn die Machete fallen? Die hätte sich damit wehren können. You've done your job well. Und Mami's please. Ben, come to Mami, Jason. Mensch, und dann spielen wir das auch noch kurz nach Mitternacht. Das ist ja wow. Puh. Wir sind auch alle so durch dieses Horrorspiel so verängstigt. Ja. Könnte auch Techno gewesen sein. Weiß nicht. Abo, Benni. Danke, danke. Ich hab ein bisschen länger gebraucht. Aber ich glaub, mit dem letzten hab ich ein bisschen gespielt. Köstlich. Eine Katze mit einer Maus. Und das Spiel hat auch ein bisschen mit mir gespielt, glaub ich. Schlagen wir 400.000 Mal auf die Tür ein, die nicht mehr da ist. Hm, jo.